Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute mit dem Lesemonat für den Monat Oktober. Ich habe ganze fünf Bücher beendet im Oktober und die zeige ich euch jetzt. Und zwar fangen wir an mit den Büchern, die ich als Hörbuch gehört habe. Man muss fairerweise sagen, seit ich BookBeat nutze, treibt das die Zahl meiner gelesenen Bücher so ein bisschen künstlich in die Höhe, weil mir das halt möglich ist, da wo ich normal Bücher lesen halt nicht machen könnte. Und ja, ich finde aber, dass das eine ganz tolle Ergänzung zu meinem Alltag ist und deshalb zähle ich die hier jetzt auch einfach mit. Und zwar haben wir da zum einen der Klang des Herzens von Jojo Moyes. Ihr müsstet zu diesem Zeitpunkt auch schon eine Rezension dazu online haben. Wenn ja, dann verlinke ich die unten. Ich meine aber, dass ich die schon hochgeladen habe. Ja, in diesem Buch geht es um eine junge Dame namens Isabel, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und ihr Mann stirbt, der sich bisher um alles gekümmert hat. Und sie hat bis dahin eigentlich immer sich nur um ihre Leidenschaft, das Geigespielen, gekümmert. Und ja, jetzt steht sie zusammen mit ihren beiden Kindern vor dem finanziellen Ruin. Erbt aber zeitgleich das alte, verfallene Landhaus eines entfernten Verwandten, wo sie dann hinzieht. Und ja, dann lernt sie in diesem Dorf eben verschiedene Leute kennen, unter anderem die Nachbarn, die sich bis zuletzt um diesen kranken Onkel gekümmert haben. Die das allerdings nur gemacht haben, weil sie auf sein Haus gegeiert haben. Und ja, dann entspinnt sich da so ein gewisses Intrigengeflecht, weil die so tun, als würden sie ihr helfen wollen eigentlich, aber versuchen sie zu sabotieren. Und dann gibt es noch ein paar andere Charaktere, die da involviert sind. Und ja, das Ganze spitzt sich natürlich dann immer mehr zu. Ich bin gecatcht worden von diesem wunderschönen Cover. Und Liebesgeschichten sind für mich halt super untypisch, weil mir das in der Regel als Plot nicht ausreicht. Aber hier war das so komplex und auch so dicht. Und die Charaktere haben mir auch so, so gut gefallen, dass ich einfach das genossen habe, das zu hören. Und auch, weil die Sprecherin eine so, so wunderschöne Stimme hat, dass ich mich da richtig so fallen lassen und das genießen konnte. Und ja, auch das Setting hat mir sehr gut gefallen und ich war so glücklich mit diesem Buch. Und ja, das war auf jeden Fall super schön, das zu hören und kann ich auch als Hörbuch wärmstens empfehlen für alle, die das vielleicht interessiert. Und irgendwann möchte ich das auch gerne nochmal ins Regal haben, weil ich einfach auch das Cover so schön finde. Wir kommen als nächstes zu einem anderen Buch, nämlich die Vegetarierin. Auch das habe ich als Hörbuch gehört und auch dazu wird es noch eine Rezension geben. Das müsste dann die nächste sein, die kommt. Und ja, in diesem Buch, das wahrscheinlich die meisten von euch inzwischen kennen, geht es darum, dass Yeon Hae, eine Koreanerin, also das Buch spielt ja in Südkorea, von einem Tag auf den anderen entscheidet. Sie isst jetzt kein Fleisch mehr und auch sonst keine tierischen Produkte, was eben dort sehr, sehr unüblich ist. Und natürlich steckt aber sehr viel mehr dahinter. Sie wird von Albträumen geplagt und nach und nach stellt sich heraus, dass sie wohl eine ziemlich nachhaltige psychische Störung hat. Und es geht natürlich auch darum, was mit ihr los ist, wie es dazu gekommen ist. Und man erfährt auch immer mehr über die Familie und so weiter. Der erste Teil ist vor allem aus der Sicht ihres Ehemannes geschrieben. Dann gibt es ein paar Kapitel, die aus ihrer Sicht sind und der letzte Teil dann wird aus der Sicht ihrer Schwester geschildert. Und dieses Buch ist einfach so eine geballte Gesellschaftskritik an Südkorea und zeigt ganz, ganz viel auf, was da schiefläuft. Es war jetzt nicht das beste Buch, was ich je gelesen habe, fand es aber sehr beeindruckend, wie viel die doch auf den paar Seiten an Themen, an Kritik untergebracht kriegt. Und Näheres dazu erfahrt ihr dann in der Rezension. Aber ja, es war ganz okay. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr davon erhofft. Ja, aber es war okay. Dann kommen wir jetzt zu Büchern, die ich auch in die Kamera halten kann. Nämlich zum einen USA 151, da müsste auch schon eine Rezension zu Online sein, von Petrina Engelke und Kai Blum, was jetzt mehr so in die Kategorie Sachbuch fällt. Nämlich die Vereinigten Staaten in 151 Bildern mit 151 Texten oder umgekehrt. Und ja, ich würde euch sehr die Rezension dazu empfehlen, weil man das da noch viel besser erklären kann, als jetzt hier auf die Schnelle. Es geht nicht so sehr um künstlerische Inszenierung und es geht nicht um die typischen Sachen, die man so kennt, irgendwie die Hamburger und die Freiheitsstatue und sowas, sondern eben gerade Sachen aus dem Alltag, die man nicht kennt und die man sich auch nicht ergoogeln kann und die einfach einen Eindruck vermitteln, wie das tägliche Leben da ist. Sachen, die hier völlig unbekannt sind. Manches davon wusste man natürlich, weil hat man vielleicht doch schon mal irgendwo gehört. Und es geht eben mehr so wirklich um Schnappschüsse und Momentaufnahmen aus dem Alltag und immer mit einem kurzen Text dazu. Also der Text ist das eigentlich Entscheidende, weil der Text uns natürlich erklärt, worum geht es. Und dann kriegt man immer ein Bild dazu, dass man mehr Ahnung hat, worüber sprechen wir eigentlich so, dass der Text quasi ein Gesicht bekommt. Und das fand ich sehr gelungen. Man kann das super flockig durchlesen. Ich finde es auch gut, dass es eben gerade nicht thematisch vorsortiert ist, sondern es ist echt so ein buntes Potpourri, alles durcheinander. Und dadurch nimmt man aber halt auch alles mit, weil das halt immer unterschiedlich ist, immer interessant ist und man nicht in Versuchung gerät, so einen ganzen Block zu überspringen, weil man denkt, das Themenfeld interessiert einen vielleicht nicht. So ist halt jede Seite, die man aufschlägt, ist wieder eine Überraschung und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war quasi ein Rezensionsexemplar über eine Leserunde auf Lovely Books, wo auch die beiden Autoren dabei waren. Das hat super viel Spaß gemacht und die sind auch beide super sympathisch und mir hat das Buch sehr, sehr gefallen und ich kann das wärmstens empfehlen. So, dann kommen wir zu diesem Buch hier, nämlich Der Garten der schwarzen Lilien von Katharina V. Harderer. Ja, auch mal wieder was Fantasy-mäßiges in einem Lesemonat. Ich glaube, das war in letzter Zeit nicht so häufig. Ja, jedenfalls der zweite Teil zur Black Alchemie-Reihe. Teil 1 ist Das Schwert der Totengöttin. Rezension wird irgendwo hier verlinkt. Ja, mir hat Teil 2, auch dazu wird es im Übrigen noch eine Rezension geben, nicht ganz so gut gefallen wie der erste, was einfach schon an dem Setting liegt, weil ich in Teil 1 diesen düsteren Wald so, so toll fand und ich hab das so geliebt, in diesem Wald zu lesen. Und hier sind wir halt eher in einer, ja, Hafenstadt, also es ist eher so, ist Mittelalter-Fantasy und die Stadt an sich, ich kann da nichts dran kritisieren, weil es ist gut geschrieben und alles, aber es war halt nicht der Wald. Und das war schon so ein bisschen mein Ausgangsproblem mit diesem Buch. Es war unter dem Strich trotzdem ein tolles Buch, ich mochte die Charaktere, ich bin, wenn ich weitergelesen habe, auch direkt wieder abgetaucht in die Handlung. Aber trotzdem haben mir einfach ein paar Elemente gefehlt, an die ich im ersten Teil in mein Herz gehängt habe. Und ja, mehr dazu gibt es dann in der Rezension. Grundsätzlich, ich sage jetzt nur nochmal, worum es im ersten Teil geht, weil sonst müsste ich den zweiten spoilern. Und zwar geht es im Schwert der Totengöttin eben darum, dass ein Dorf, was in diesem Wald liegt, von einer Untotenplage befallen wird. Und ja, das Ganze hat mit einem Artefakt zu tun, nämlich diesem Schwert der Totengöttin, das aus seiner Ruhestätte entfernt wurde. Und dadurch sind die Toten nicht mehr unter Kontrolle, beziehungsweise vielleicht gerade doch unter Kontrolle, aber man weiß nicht von wem. Und es ist gruselig und ja, aber es ist eben, es ist keine plumpe Zombie-Geschichte. Es ist doch was ganz anderes und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe sowieso ja den Schreibstil und die Bücher und die Welt dieser Autorin sehr. Und ja, das war jetzt kurz nochmal zu der Reihe. Im zweiten Teil geht es dann logischerweise weiter auch um dieses Artefakt und die Spur führt in diese Stadt. Mehr möchte ich aber dazu jetzt nicht sagen. Und zu guter Letzt noch ein wahrscheinlich Jahreshighlight für mich und zwar ist das Zugvögel von Charlotte McConaughey. Das habe ich auch als Hörbuch größtenteils gehört und habe mir währenddessen aber das Print gekauft, weil es mir so, so, so gut gefallen hat. Obwohl es ganz schön deprimierend ist. In diesem Buch geht es darum, es spielt etwas in der Zukunft und zwar sterben alle Tiere langsam nach und nach aus. Viele Arten sind bereits verschwunden und hier geht es um diesen Vogel hier. Das ist eine Küstenseeschwalbe und die Protagonistin, Franny, macht sich auf den Weg zur letzten, noch bekannten Kolonie der Küstenseeschwalbe, weil die jedes Jahr von der Arktis in die Antarktis ziehen. Und sie will ihnen eben folgen, um ihre letzten Lebensräume zu finden, sie zu erforschen und vielleicht, ja, neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Aber damit kratzen wir nur an der Oberfläche der Handlung. Es geht ganz stark um Franny als Person und es gibt in dem Buch immer wieder Rückblenden, verschieden weit, vor vier Jahren, vor acht Jahren, vor zwölf Jahren, vor zwei Jahren. Und wir erfahren so nach und nach immer mehr über ihre Vergangenheit und das ist super gut gemacht, weil man am Anfang immer nur so Fragmente hingeworfen kriegt, mit denen man erstmal so gar nichts anfangen kann und denkt, hä, was ist da jetzt los, was ist da passiert, verstehe ich nicht. Und später wird das dann weiter aufgedeckt und nach und nach setzt sich das zusammen. Sowas fände ich an Büchern immer toll. Und wir beginnen das Buch in Grönland, was ich super toll fand, weil ich liebe Grönland. Ich war da leider noch nicht, aber ich finde es immer faszinierend, irgendwie was damit zu tun hat und habe mich da sehr gefreut. Und von da aus machten sie sich dann in einem Boot oder Schiff auf die Reise in die Antarktis und das hat mich auch so interessiert, weil ich die Antarktis auch sehr faszinierend finde. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Mannschaft von diesem Schiff, die auch besteht aus super vielen, sehr einzigartigen, interessanten Charakteren, die alle auf ihre Weise ja irgendwie Aussteiger sind und irgendwie nicht in die Gesellschaft passen. Und die waren mir alle so sympathisch und ja, Franny selber ist, also die hat auf jeden Fall einen Berg psychischer Probleme, das merkt man gleich am Anfang. Sie schlafwandelt und die schlafwandelt nicht einfach nur, sondern das ist schon Schlafwandeln 2.0, weil sie dabei Dinge tut. Mehr möchte ich nicht vorwegnehmen. Und ja, auf jeden Fall merkt man von Anfang an, dass da viel mehr hinter stecken muss. Und ich habe gelesen, es geht um die Antarktis, es geht um Vögel und da bin ich sowas von an Bord. Und ja, dieses Buch war noch toller als gedacht. Es wird auf jeden Fall auch noch eine Rezension dazu geben, die kommt aber erst Ende des Monats. Das wird die letzte sein, die dann kommt. Und ja, ich bin total glücklich mit diesem Buch. Ich möchte aber ein bisschen davor warnen. Es ist, wie gesagt, sehr melancholisch. Und Leute, die gerade in einer Phase sind, wo es ihnen akut schlecht geht psychisch, die sollten vielleicht die Finger von diesem Buch lassen, weil es einen, glaube ich, doch ganz schön runterziehen kann. Und auch überhaupt dieses Ausgangsszenario, dass die Tiere alle aussterben, das kann den Einzelnen sicher auch schon treffen. Und deshalb wäre ich da vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Aber ansonsten eine unglaubliche Empfehlung für dieses Buch. Ich freue mich schon sehr auf die Rezension, dass ich da ein bisschen mehr erzählen kann. Und das war auf jeden Fall eins meiner Jahreshighlights und ich finde das richtig, richtig toll. Das war es dann auch schon wieder von mir und von diesem Lesemonat. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch bald wieder mit einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Der November wird entsprechend rezensionslastig, weil ich halt diesen Monat jetzt mehr gelesen habe und auch zu diesen Büchern immer nochmal eine Rezension machen will. Das heißt, wahrscheinlich werden die nächsten drei Videos in Folge Rezensionen sein. Normal versuche ich ja immer so ein bisschen das zu mischen. Die Alternative wäre gewesen, den Vlog von letzter Woche irgendwo weiter hinten durchzuschieben. Ich hätte das dann aber blöd gefunden, erst irgendwie so Mitte, Ende November, dann noch einen Vlog für den Oktober hochzuladen. Und deswegen ist das jetzt halt einfach mal so. So, das war es soweit von mir und ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt vorhabt und hoffe, wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.